Hey, warte, wo willst du hin? Nach Hause. Ich bin K.O. Ich muss um 5 Uhr arbeiten. Vergiss es. Das bringt doch nichts. Dann hast du drei Stunden Schlaf. Was nützen die dir? Da ist es wirklich besser. Man schläft gar nicht. Ich wüsste, was man machen kann. Ich muss ein bisschen schlafen. Seit Montag war ich fast jede Nacht unterwegs. Der Abend fängt doch gerade erst richtig an. Und außerdem verpasst du das Feuerwerk. Das sehe ich mir vom Fenster aus an. Aber du kannst ruhig hingehen. Ich will dich nicht davon abhalten. Ich habe gemerkt, dass Schneewittchen auf dich abgefahren ist. Du bist eifersüchtig. Das finde ich gut. Also bleib hier. Ich zeige dir auch meine Superkräfte. Nein, Batman hat keine Superkräfte. Er hat nur einen Haufen Kohle und ein paar nette Spielzeuge. Gute Nacht. Ach komm schon, Gilly. Du enttäuscht mich, Catwoman. Ich finde dich wieder. Es ist nicht vorbei. Es ist vorbei. Es ist nicht vorbei.